Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Eigentlich wollte ich zu Wertunion und auch zu Herrn Dr. Maaßen nichts mehr sagen und auch kein Video mehr dazu aufzeichnen. Allerdings muss ich jetzt reagieren, denn Dr. Maaßen war bei Boris Reitschuster, der mit ihm vor, ich glaube, zwei Tagen ein Interview veröffentlicht hat. Ja, das würde ich gerne mit Ihnen zusammen anschauen und dann mal schauen, was Herr Dr. Maaßen da so von sich gibt. Und ob das alles so stimmt, was er sagt. Ja, legen wir los. Herr Dr. Maaßen, ich würde jetzt sehr gerne mit Ihnen anfangen über die jetzige Politik, was passiert, über die Pläne Ihrer Werteunion. Da möchte ich auch noch mit Ihnen drüber sprechen, selbstverständlich. Aber ich kann nicht umhin als Journalist auf das zu sprechen zu kommen, was doch viele auch meiner Leser sehr bewegt hat. Wir haben ja auch einen sehr kritischen Gastbeitrag auf der Seite gehabt von Naomi Seid und darum ist es auch meine Pflicht, dass ich auch mit Ihnen rede. Und da werden ja erhebliche Vorwürfe gegen Sie erhoben. Da hieß es, Sie hätten Ihre Versprechen nicht eingehalten, dass jedes Mitglied des Vereins Werteunion Mitglied der Partei werden könnte. Und ja, und allerlei Böses wird da gesagt. Wie ist denn Ihre Sichtweise dieser ganzen Causa mit dem Ausscheiden, insbesondere von Max Otte und von Herrn Graal aus der Partei? Naja, beide waren, Herr Reitschuster, ja gar nicht Mitglied der Partei gewesen. Der Markus Krall war ein halbes Jahr oder etwas mehr, war er Mitglied im Verein. Und der Max Otte war nach unserer Satzung ja schon ausgeschieden vor zwei Jahren, weil er aus der CDU herausgeworfen wurde. Also an dieser Stelle einmal Stopp. Ich war Mitglied im Verein der Werteunion und ich kenne viele Mitglieder, die nicht in der CDU oder in der CSU waren und trotzdem schon viele, viele Jahre lang Mitglied der Werteunion sind. Und diese Leute sind aus der CDU, CSU teilt schon 2015, 2016 ausgetreten, waren aber parallel Mitglied in einer CDU-nahen Stiftung oder in einem CDU-nahen Verein. Da gibt es zum Beispiel die CDL, das ist Christdemokraten für das Leben. Da sind einige Mitglieder auch Mitglied. Und das reichte laut Satzung der Werteunion, um in der Werteunion im Verein Mitglied zu sein. Das nur dazu. Schauen wir weiter. Das war aus meiner Sicht eine konzertierte Aktion, um der neu gegründeten Partei zu schaden. Am Samstag war sie gegründet worden und am Montag haben die beiden Herren dann sehr lautstark erklärt, dass sie damit nichts zu tun haben wollen und haben uns damit natürlich massiv geschadet. Und das war wohl auch der Sinn der ganzen Sache. Also, Herr Dr. Maaßen vermutet hier eine konzentrierte Aktion von Max Otte und Dr. Krall, aus dem Verein auszutreten. Ja, er hat recht. Die beiden waren nicht Mitglied in der Partei, weil sie halt auch nicht zur Gründungsveranstaltung der Partei aufs Schiff eingeladen worden sind. Und das dazu, aber zu vermuten und überhaupt keine Selbsteinsicht zu haben, dass er halt auf dem Gründungsparteitag bei der Pressekonferenz vom Premium-Partner CDU gesprochen hat. Und dass das ja nicht nur Markus Krall und Max Otte sehr gestört hat und, ja, wie soll man es sagen, verärgert hat. Es hat auch sehr, sehr viele Mitglieder der Wertunion verärgert. Es hat viele Verärgerte, die auch auf dem Schiff dabei waren. Ich war ja selbst auch dabei. Und wie ich es schon einmal in einem anderen Video gesagt habe, ich wäre beinahe von Bord gefallen, als ich das gehört hatte. Vor allen Dingen, weil es auch völlig unnötig war, die Aussage. Er hätte sich gar nicht äußern können zu irgendwelchen Koalitionspartnern. Oder er hätte zum Beispiel es umdrehen können und hätte sich so äußern können, dass die CDU in der derzeitigen Verfassung und mit der derzeitigen Politik auf keinen Fall ein Premium-Partner der Wertunion-Partei wäre. Das hätte jeder verstanden. Aber sich hinzustellen und die Partei, von der man sich gerade abgelöst hat, von der man sich abgespalten hat, als Premium-Partner und als Wunschpartner zu bezeichnen, ja, wenn sie sich mal ändern, das ist eine ganz andere Message, die darüber kommt. Und das wird von den Menschen ganz anders wahrgenommen. Schauen wir weiter. Sie verstehen, dass ich das natürlich nicht gut fand. Und ich habe mich auch entsprechend dann über Twitter oder andere Möglichkeiten dazu geäußert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Werteunion eine Partei ist, die Zukunft hat. Wir streben ein zweistelliges Ergebnis an in den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und wenn es in den letzten Wochen etwas ruhiger uns gewesen ist. Also, Herr Dr. Maaßen sagt hier, er strebt ein zweistelliges Ergebnis an bei den Landtagswahlen in Thüringen. Ja, es gab die erste Insa-Umfrage zur Landtagswahl in Thüringen und da hat die Werteunion stolze 1%, also unter Fernalifen, erreicht. Das nur dazu. In den Medien lag es auch daran, dass wir versuchen, unsere Arbeit so gut es geht, so ordentlich wie möglich zu machen, damit wir in der Poolposition sind und damit wir jedenfalls bei den drei Landtagswahlen gute Ergebnisse erzielen. Ich weiß, dass es manche in der Werteunion Vereine gibt, die unglücklich sind, nicht sofort in die Partei aufgenommen zu werden. Aber ich habe auch gesagt, ja, nicht jeder, der im Verein Mitglied ist, wird die Voraussetzungen für die Partei erfüllen können. Das ist das eine, weil die Voraussetzungen teilweise andere sind. Und das zweite ist, wir haben eine Regelung vorgesehen, wonach es grundsätzlich eine Prüfzeit gibt, dass nicht die Partei unterwandert werden kann von Extremisten oder von Angehörigen anderer Parteien, die die Partei sofort zersetzen und kaputt machen wollen. Aber ich habe meinen vielen Mitgliedern in der Werteunion Vereine gesagt, ihr habt alle die Möglichkeit reinzukommen, aber bitte habt auch etwas Geduld, dass eine Partei, die gerade erst gegründet worden ist, kann nicht sofort mit Hand auflegen alle aufnehmen. Das wird gehen und das machen wir auch und dazu stehe ich letztendlich auch. So, an dieser Stelle wieder ein Stopp. Also, ich war bei der Veranstaltung in Erfurt dabei, als der Wertunion Verein beschlossen hat, eine Partei zu gründen mit dem Namen Wertunion. Und natürlich war es das Thema, ob und wie die Wertunion Vereinsmitglieder in die Partei aufgenommen werden. Und da hatte sich Dr. Maaßen in seiner Rede auf diesem Vereinsmitgliedertreffen ganz eindeutig geäußert. Er hat davon gesprochen, dass bis Ende Februar alle Vereinsmitglieder ein Formblatt bekommen, auf dem sie ankreuzen können, ob sie Mitglied in der Partei werden möchten, ob sie dann auch im Verein bleiben möchten oder nur Mitglied in der Partei sein möchten und aus dem Verein austreten möchten oder eventuell nicht in die Partei eintreten möchten und im Wertunion Verein bleiben möchten. Und das hat er damals in seiner Rede damit begründet, dass es viele in der Wertunion gibt oder einige, die halt an der CDU hängen und für die es auch persönliche Konsequenzen hätte, wenn sie aus der CDU austreten würden, was auch immer er damit gemeint hat. Auf jeden Fall war es eindeutig, dass Wertunion Vereinsmitglieder ein Formblatt gekommen, bei dem sie ankreuzen können, ob sie in die Partei eintreten möchten oder nicht. Natürlich hat er gesagt, dass es geprüft werden muss, ob jemand Mitglied in der Wertunion Partei sein kann. Das hängt mit der Staatsangehörigkeit zusammen. Dann hängt es damit zusammen, ob jemand vielleicht in einer anderen Partei vorher schon war. Das betraf aber nicht die Wertunion Vereinsmitglieder, sondern es betraf Leute, die von außen und nicht vorher im Wertunion Verein waren, in die Partei möchten, eintreten möchten. Und das ist halt ein Riesenunterschied, weil die Leute, die im Wertunion Verein sind, die sind da ja schon lange bekannt. Es gibt ja Mitglieder, die Gründungsmitglieder zum Beispiel. Und Gründungsmitglieder des Vereins wurden noch nicht mal aufs Schiff eingeladen. Und da hat er sich auch geäußert, ja, auf dem Schiff war nicht so viel Platz. Auf dem Schiff waren rund 55 Leute. Und die MS Godesia, ich habe es nachgeschaut, ist für 150 bis 180 Leute zugelassen. Also wir hätten weitaus mehr auf das Schiff gepasst. Es ist halt doppelstöckig, so wie diese reinen Dampfer halt gebaut sind. Aber dann hätte man oben einen Bildschirm hinstellen können, wo die Leute das, was unten vor sich geht, hätten verfolgen können. Und hätten natürlich auch oben auf dem Deck abstimmen können. Also dass nur diese 55, dieser erlauchte Kreis eingeladen wurde, das ist schon mal, also in meinen Augen sehr zweifelhaft und auch nicht in Ordnung. Aber dass dann Leute wie Alexander Mitsch und Silvia Kaufholdt in den neuen Parteivorstand gewählt worden sind. Und das waren ganz klare Wahlempfehlungen von Dr. Maaßen an die Leute, die auf dem Schiff dabei waren, dass diese beiden Leute in den Vorstand kommen, die vorher gar nicht Mitglied im Wert-Union-Verein waren. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Alexander Mitsch, ja, der war Gründungsvorsitzender, als die Wert-Union gegründet wurde. Aber Silvia Kaufholdt war niemals Mitglied im Verein. Und Alexander Mitsch ist nach der Wahl von Max Otte aus dem Verein ausgetreten und danach auch nie wieder eingetreten bis zur Parteigründung. Ja, der Herr Weiler, den habe ich auch niemals gesehen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ich war natürlich auf vielen Veranstaltungen dabei, der Wert-Union. Und der ist mir nie in irgendeiner Form aufgefallen. Gut, hören wir weiter im Video rein. Ganz konkret, es habe dieses Versprechen gegeben, dass jeder rein kann. Das gebe es auch auf Video. Gab es dieses Versprechen oder gab es das nicht? Ich habe gesagt, dass grundsätzlich jeder aus dem Wert-Union-Verein in die Partei gehen kann. Ich habe aber auch gesagt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem Parteiengesetz des Bundes andere sind als nach dem bürgerlichen Gesetzbuch für einen Verein. Nein. Das heißt, das bedeutet, nicht jeder, der Mitglied im Verein ist, wird auch die Voraussetzungen in der Partei erfüllen. Und da habe ich gesagt, da bitte ich auch um Verständnis. Das muss dann auch geprüft werden. Wir können, ich sage mal ganz plakativ. Und hier haben wir es auch wieder. Er unterscheidet nach der Parteigründung nicht mehr zwischen Wert-Union-Vereinsmitgliedern und Leuten, die von außen kommen. Und das war auf der Mitgliederversammlung im Erfurt nicht der Fall. Da wurde ganz klar gesagt, die Mitglieder können sich entscheiden. Natürlich, wenn ein Wert-Union-Vereinsmitglied Mitglied der Grünen ist, was ja neuerdings auch ging, also nachdem Dr. Maaßen zum Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde, wurde es ja geändert. Die Wert-Union, der Verein hatte sich geöffnet und da konnten auch Mitglieder von AfD und von wem auch immer konnten im Wert-Union-Verein Vollmitglied werden, was vorher nicht möglich war. Ja gut, schauen wir weiter rein. Und Drittstaatsangehörige sind nicht vorgesehen, Mitglied in unserer Partei zu werden. Aber auch, wir haben jetzt in unserem Formular stehen, Mitglieder, die in rechtsextremistischen, linksextremistischen oder islamistischen Vereinigungen sind, können nicht Mitglied der Partei werden. Wir wollen ausschließen, dass Leute aus der heimattreuen deutschen Jugend, dass Leute von irgendwelchen Salafisten oder Antifa-Verbänden zu uns kommen. Das müssen wir einfach ausschließen. Und wir wollen aus den Fehlern, die die AfD gemacht hat, die auch andere gemacht hat, einfach lernen. Sarah Wagenknecht hat auch eine Regelung in ihrer Partei. Wie gesagt, da hat er recht. Das ist völlig verständlich, was er hier sagt. Allerdings, wie ich bereits gesagt habe, die werte Union-Vereinsmitglieder, diese Leute sind ja bekannt. Was will man denn da noch prüfen, wenn jemand schon vier, fünf, sechs, sieben Jahre, ich war ja auch ein paar Jahre Mitglied, was soll man da noch prüfen? Und darum geht es. Und hier wird ganz klar aussortiert, wer vom Verein in die Partei eintreten kann. Und ich kenne schon zwei Beispiele, die sich nicht zur Schulden kommen lassen haben, aber die mitgeteilt bekommen haben, dass sie nicht im Wertunion, in der Partei Wertunion gewünscht sind. ... vorgeschrieben, wonach es eine Prüfzeit gibt, damit wir nicht, diese Partei nicht unterwandert werden kann. Und wir haben eine entsprechende Regelung bei uns auch vorgesehen. Ich stehe nach wie vor zu meinem Wort, das ich gegenüber den Mitgliedern abgegeben habe, bitte aber um Verständnis, dass das nicht alles subito und sofort erfolgen kann. Verstehe ich Sie dann richtig dahingehend, dass Sie sagen, der Herr Krall hat das aus dem Zusammenhang gerissen, weil Sie das eben eingeschränkt haben, dieses Verbrechen? Und auch hier wieder, er sagt, er bittet um Verständnis, dass das nicht subito und sofort erfolgen kann. Ja, natürlich, für Leute, die vorher nicht bekannt sind und auch nicht im Verein Mitglied waren, vollstes Verständnis habe ich dafür. Ich habe kein Verständnis dafür, dass altgediente Wertunion-Vereinsmitglieder auch diese 15-monatige Prüfung über sich ergehen lassen müssen. Verstehe ich Sie dann richtig dahingehend, dass Sie sagen, der Herr Krall hat das aus dem Zusammenhang gerissen, weil Sie das eben eingeschränkt haben, dieses Versprechen, so wie Sie es gerade dargestellt haben? Ich will nicht sagen eingeschränkt, im Rahmen natürlich der gesetzlichen Möglichkeiten machen wir das und im Rahmen auch unserer Satzung. Also ich habe Herrn Krall insoweit auch gar nicht verstanden, dass er sich nicht mit mir auseinandergesetzt hat darüber und dass er damit sofort an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wie gesagt, das hat uns geschadet und ich habe nach wie vor eigentlich sehr positive Sympathien Markus Krall gegenüber. Wir kennen uns seit einigen Jahren und wir haben einiges zusammen gemacht und ich war wirklich erstaunt und erschrocken darüber, dass er sich so geäußert hat. Aber ich hoffe, wir haben wieder Gelegenheit, wenn er wieder da ist in Deutschland, dass wir uns da nochmal treffen und uns da auch auseinandersetzen. So, das finde ich jetzt auch sehr interessant, weil ich will es hier in der Öffentlichkeit nicht sagen, aber was Herr Dr. Maaßen zu mir über Dr. Krall gesagt hat, das war ganz was anderes und es war auch nicht schön, dass er sich hier jetzt hinstellt und sagt, ja, mit Herrn Krall würde ich dann ja mich auch mal treffen und mit ihm reden. Genau das hat er mir ja vorgeworfen. Er hat mir vorgeworfen, deswegen bin ich nicht mehr für die Wertunion tätig, dass ich mit Krall in einem Interview, nachdem er auf X seine sieben Hauptpunkte, Hauptargumente beschrieben hat, warum er aus dem Wertunionverein ausgetreten ist, ja, da hat er mir vorgeworfen, dass ich mit ihm, mit Dr. Krall gesprochen hätte und das wäre eine Illoyalität und ein Vertrauensbruch. Aber gut, es kommt gleich noch besser. Schauen wir weiter. Es gab ja noch einen Fall, Ihr ehemaliger Pressesprecher oder Medienbeauftragter hat ja auch ein Video im Internet veröffentlicht, wo er ihre Vorwürfe erhoben hat, wo er sagte, nur weil er ein Interview mit Herrn Krall... Also was Herr Reitschuster hier sagt, dass ich Pressesprecher oder Medienbeauftragter der Wertunion gewesen sei, ist schlichtweg falsch. Ich war niemals Pressesprecher der Wertunion, ich war auch niemals Medienbeauftragter, sondern ich hatte schlichtweg einen Vertrag mit der Wertunion, der besagte, dass ich mich um den YouTube-Kanal und nur um den YouTube-Kanal der Wertunion kümmern soll. So, ich kann das hier mal einblenden und wir lesen es hier. Vertrag zwischen Wertunion e.V. und Helmut Reinhardt als freier Journalist und Videograf, nicht als Pressesprecher oder Medienbeauftragter. Und hier kann man lesen, Helmut Reinhardt übernimmt die Betreuung des YouTube-Kanals der Wertunion e.V. Zu seinen Aufgaben gehört das Schneiden der Videos, Erstellung von Texten und Thumbnails, das Hochladen der Videos und die Kontrolle der Kommentare. Für die Zukunft ist geplant, auch andere Videoplattformen wie Rumble, Odysee etc. mit einzubeziehen, um eine größtmögliche Verbreitung der Videos zu erreichen. Ja, das war meine Aufgabe. Ich hatte keinen Zugriff auf Facebook, ich hatte keinen Zugriff auf den X-Kanal oder irgendwelche sonstigen Medien, sondern ich war schlichtweg einfach nur für den YouTube-Kanal verantwortlich. Und da sollte ich halt, am Anfang hatten wir vier Videos pro Monat vereinbart, also eins pro Woche. Ja, das hat sich dann aber schnell erledigt, weil die Videos so erfolgreich waren und so viele Werbeeinnahmen eingespielt hatten, dass wir gesagt haben, es ist Quatsch, je mehr Videos auf dem Kanal erscheinen, desto besser. Und ja, das Ganze ist deswegen auf vier Videos halt am Anfang limitiert worden, weil man seitens der Wertunion Angst hatte, dass ich zu viel Geld koste. Und ja, Herr Dr. Maaßen konnte sich auch damals gar nicht vorstellen, dass man mit YouTube Geld verdienen kann mit den Werbeeinnahmen halt. Gut, schauen wir uns weiter das Video an. Er sagte, nur weil er ein Interview mit Herrn Grall gemacht habe, sei er entlassen worden. Wie ist da Ihre Sichtweise? Also ich wollte eigentlich zu Herrn Reinhard nichts sagen. Er hat seine Probleme und ich wollte ihn auch mit den Problemen einfach alleine lassen. Er muss sie selber lösen. Das sind nicht meine Probleme. Ich hatte ihm gesagt, wir können darüber am folgenden Montag, wir hatten das Gespräch, glaube ich, am Freitag geführt, können wir nochmal... Hier muss ich gleich mal Stopp machen. Also ich musste wirklich lachen, als ich das auch, genau wie ich jetzt lache, als ich das das erste Mal gesehen habe. Er sagt hier, ich hätte Probleme und er wolle mich mit meinem Problem allein lassen. Damit müsste ich selber mit klarkommen. Fällt ihm auf, er benennt kein Problem. Und ja, ich musste lachen, musste wirklich darüber nachdenken, welches Problem meint er, also welche Probleme habe ich. Also, ich habe ein Problem mit meinem Gewicht. Ich habe jetzt zwölf Kilo abgenommen und will auch noch weitere zehn bis zum Sommer schaffen und dann vielleicht nochmal fünf bis zehn bis zum Winter, also bis Weihnachten. Das ist ein Problem, mein Gewicht, weil ich früher mal recht schlank war. Aber gut, das tut nichts zur Sache. Es ist schon frech. Er behauptet einfach, ich hätte irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht in einem Zersetzungsseminar beim Verfassungsschutz gelernt hat, einfach mal zu behaupten, dass der Gegner oder der Feind Probleme hätte. Also, ja gut, Herr Reitschuster fragt auch nicht nach, welche Probleme das sein könnten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, welche Probleme ich seiner Meinung nach habe. Gut, schauen wir weiter. Aber er hat dann sofort wieder ein Video gegen mich und die Partei rausgehauen. Und das hat im Grunde unser Tischtuch zerschnitten. War er da schon entlassen oder noch nicht? Also, ich habe gesagt, dass wir noch darüber reden können. Es war am Freitag gewesen und am Montag vormittags hat mir jemand schon diesen Link zugeschickt. Ja, also, er sagt hier, am Montag vormittag hätte ihm jemand den Link zugeschickt. Das ist eine schlichte Lüge. Es stimmt nicht. Das Video, was ich produziert habe an diesem Montag, das habe ich ab 14, 15 Uhr nachmittags angefangen zu produzieren. Und das ist abends um 18.57 Uhr erschienen. Abends um 18.57 Uhr. So, man kann das, bei YouTube habe ich es nicht gefunden, den genauen Zeitstempel rauszukriegen, wann das Video auf YouTube erschienen ist. Aber die Videos, die auf unserem YouTube-Kanal hier vom Politik Spezial erscheinen, die werden gespiegelt auf Odyssee. Ja, und auf Odyssee kann man deutlich sehen, hochgeladen, am 26. Februar um 6.57 Uhr, heißt 18.57 Uhr, also kurz vor 19 Uhr. Ja, und er behauptet, er hätte morgens den Link zum Video bekommen. Nein, auch das ist nicht wahr. Er hat den Link abends von mir bekommen, und zwar per WhatsApp. So, und auch das kann ich Ihnen jetzt zeigen. Ich habe ihm um 18.59 Uhr eine WhatsApp mit dem Video geschickt. Also zwei Minuten, nachdem es erschienen war, hat er den Link von mir bekommen. Und nicht von jemand anders und schon gar nicht morgens. Ja. So, das dazu. Aber gut, schauen wir weiter im Text. Da war die Sache letztendlich für mich dann auch damit entschieden gewesen. Das ist schade, aber es ist einfach so. Ja, die Sache war für ihn entschieden gewesen. Auch hier muss ich sagen, er hatte mich ja am Freitagnachmittags, kurz vor 4, kurz vor 16 Uhr war es, ich habe es nochmal genau nachgeschaut, hatte er mich angerufen. Ich hatte parallel eine Mail bekommen, die kann ich Ihnen auch zeigen, von Google. Und zwar hieß es da, und zwar um 15.42 Uhr, Ihre Zugriffsrechte haben sich geändert, Sie können das Konto Wertunion nicht mehr verwalten. Auch das ist im Prinzip eine Frechheit, weil nämlich in meinem Vertrag eine vierwöchige Kündigungsfrist, ja, enthalten ist. Das heißt, ich hätte eigentlich noch vier Wochen weiterarbeiten müssen können für die Wertunion, aufgrund der Kündigungsfrist. Das hat man aber nicht eingehalten, sondern hat mich einfach fristlos rausgeschmissen, weil ich auf einem anderen Kanal das Video mit Herrn Dr. Krall veröffentlicht habe. Also, Sie wollten jemanden haben, der die Interviews macht und jemanden, der die Veranstaltungen aufnimmt, die Vorträge und so weiter der Mitglieder und wollten halt Öffentlichkeitsarbeit mit dem YouTube-Kanal machen, was ja auch sehr, sehr erfolgreich war, wenn man sich die Aufrufzahlen des Wertunion-Kanals einmal anschaut. Gut, so, die Vereinbarung, die ich auch mit der Wertunion hatte, betrafen die Wertunion, aber die betrafen nicht irgendwelche anderen Kanäle, für die ich arbeite. Und das ist die eigentliche Frechheit, mich einfach rauszuschmeißen, weil ich mit einem Herrn Krall nach seinem Austritt aus der Wertunion einfach herausfinden wollte, was die Gründe genau sind, wie er dazu steht. Und ich hatte Dr. Maaßen in dem Interview mit Markus Krall auch noch verteidigt. Ja, ich hatte vermutet, dass Herr Dr. Maaßen taktisch vorgeht und so weiter. Ich habe ihn also keineswegs in irgendeiner Form in die Pfanne gehauen oder sonst etwas. Ja, so, und das ist halt, ja, das Problem an Herrn Dr. Maaßen. Er biegt sich seine Wahrheit so zurecht, wie er es halt meint. Und, ja, da muss ich noch sagen, ja, er hatte gesagt, wir wollten Montag noch reden. Müssen Sie sich vorstellen, ich war am Freitag, als ich die Mail bekommen hatte von Google, dass ich halt das Konto nicht mehr verwalten kann. Und dann, paar Sekunden später, klingelte mein Telefon und Dr. Maaßen war im Apparat. Er schrie mich da an und sprach von Vertrauensbruch und Illoyalität und dass ich überhaupt mit diesem Mann geredet hätte und so weiter. Und ich war so geschockt, dass ich dann gesagt habe, Herr Dr. Maaßen, das können Sie mich nicht machen. Sie können mich doch jetzt nicht einfach rausschmeißen hier. Ich habe Sie doch sogar noch verteidigt. Ja, und habe dann, und das ist mir im Nachhinein auch ein bisschen peinlich, habe dann so ein bisschen gebettelt, ja, geben Sie mir doch noch eine Chance und so weiter. Und dann hat er eingelenkt und hat gesagt, ja, ich rufe Sie Montagvormittag an. Und ich denke noch mal drüber nach. So, okay, dann war das Gespräch zu Ende. Ich war im Schockzustand und hatte dann Samstag, Sonntag Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, ob es überhaupt noch was bringt, nach der Nummer, für die Wertunion und für Herrn Dr. Maaßen zu arbeiten. Und ja, ich hatte bereits auch schon, als ich nach dem Schiff nach Hause gekommen war, nach der Veranstaltung, nach der Parteigründung, hatte ich schon zu meiner Frau gesagt, also, weißt du, ich glaube, ich werde da nicht mehr lange für arbeiten, wie Premiumpartner CDU. Was soll das? Das war nicht meine Vorstellung von dem, was Dr. Maaßen die ganzen Monate vorher erzählt hat. Also mit jedem reden und koalitionsbereit zu sein für jeden. Und auf dem Schiff habe ich dann von dem Herrn Mitsch gehört im Interview, dass er eine Koalition mit der AfD in Thüringen und mit Björn Höcke sowieso ausschließt und auch im Bund. Und das war für mich dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, also Leute, was soll das hier? Was soll dieser Verein, diese Partei denn bringen an irgendeiner Politikwende? Ja gut, dazu schauen wir weiter, was Herr Maaßen sonst noch so sagt. Schade, aber einfach so geht man nicht mit einem frühen Arbeitgeber um. Er bezeichnete sich immer als freien Journalisten. Ich habe ihm immer gesagt, er ist für uns ein Auftragnehmer und hat für uns Aufträge zu erledigen. Dafür wird er bezahlt. Er wird nicht dafür bezahlt, dass er freier Journalist ist. Wir kaufen nicht seine Zeitung, sondern wir kaufen seine Dienstleistung. Dafür wird er bezahlt. Und wenn er für, ich sage mal... Es ist wirklich unfassbar. Also Herr Dr. Maaßen hat niemals mir gesagt, dass ich sein Arbeitnehmer bin. Ich bin freier Journalist. Ich hatte keinen Arbeitsvertrag mit der Wertunion. Und ich war da nicht angestellt. Ich habe keinen Festgehalt bekommen. Sondern ich habe meine Interviews berechnet. Und natürlich, wenn ich bei Veranstaltungen die Veranstaltung gefilmt hatte und Vorträge gefilmt hatte, habe ich das auch in Rechnung gestellt. Was übrigens komplett, gerade in den letzten drei Monaten, komplett von der Seite der Freischaltung mit der Werbung von der Werbung von YouTube bezahlt wurde. Das heißt, es blieb sogar noch was für die Wertunion über. Und das gar nicht so wenig. Das heißt, die Wertunion hat mit mir Geld verdient. Und das kann ich auch belegen und nachweisen. Die Wertunion hat mit mir Geld verdient. Und ich war nicht der Lakai oder der Angestellte von Herrn Dr. Maaßen. Dienstleister lasse ich gelten. Also wenn ich eine Veranstaltung aufnehme mit fünf Kameras und danach dann die Vorträge und so weiter schneide, das ist eine Dienstleistung. Aber wenn ich Interviews geführt habe, dann habe ich das aus freien Stücken gemacht. Ich hatte dafür zu sorgen, dass der Kanal mit Inhalten gefüllt wird. Vier waren halt vorgeschrieben und wir haben dann gesagt, je mehr, desto besser. Ich habe mich um Interviewpartner gekümmert. Die Videos hatten sehr, sehr gute Aufrufe und hatten auch sehr, sehr gute Kommentare. Es gab selten schlechte Kommentare unter den Videos. Ja, und das war meine Aufgabe. So, dann hatte ich natürlich auch öfter mal Streit, aber nicht mit Dr. Maaßen, sondern mit seiner Assistentin, die dann auf einmal irgendwie auf den Gedanken kam, dass sie wohl Chefredakteurin sei und wollte mir dann vorschreiben, welche Fragen ich im Interview zu stellen habe, gerade mit Herrn Dr. Maaßen und welche ich weglassen soll. Ich habe ihr dann gesagt, und wir sind öfter heftig aneinandergeraten, dass ich das nicht mache und dass ich meine Fragen so stelle, wie ich das für richtig halte und mir auch von ihr nicht vorschreiben lasse, in irgendeiner Weise, wie ich meine redaktionale Arbeit zu tun habe. Ja, und ich habe ihr auch ganz klar gesagt, lassen Sie das, unterlassen Sie das. Ja, sie hat sogar selbst an Thumbnails rumgenörgelt, dass irgendein Foto zum Beispiel von einem Interviewpartner, dass dieser Mann nicht schön genug aussieht. Also es war unglaublich, ich habe mich auch wirklich richtig geärgert darüber. Gut, es war dann so, dass diese Assistentin immer die Videos von Dr. Maaßen kontrolliert hat und dann eine Freigabe erteilt hat. Und ja, die anderen Videos, die ich mit anderen Interviewpartnern gemacht hatte, die wurden dann von einem anderen Vorstandsmitglied des Wertunionvereins kontrolliert. So, dass ich dann sehr viel weniger mit dieser Assistentin zu tun hatte. Gut, gehen wir weiter im Video. Für eine andere Seite, und zwar in diesem Fall für das Portal von Herrn Otte, ein Interview macht mit jemandem, der uns geschadet hat, dann ist das letztendlich Geschäftsschädigung. Das muss er natürlich auch als Unternehmer wissen. Er kann nicht für zwei Seiten arbeiten. Also für die andere Seite, für ein Portal von Max Otte und ich hätte dann mit jemandem gesprochen, der der Wertunion geschadet hat. Also erstmal ist es völlig irrelevant, ob ich mit Dr. Krall gesprochen habe oder nicht, weil Dr. Krall, Sie wissen es, ist auf allen möglichen Portalen und YouTube-Kanälen unterwegs. Er wird überall interviewt und ob ich da jetzt zusätzlich ein Interview mache oder nicht, ist im Prinzip für die Wertunionpartei völlig irrelevant. Und vor allen Dingen, weil dieses Interview, Sie können es sich gerne anschauen nochmal, weil dieses Interview meiner Meinung nach sehr mild war, auch von Seiten des Herrn Krall und ich auch Herrn Maaßen noch verteidigt hatte. Ja, und angenommen hatte, ja, er würde da taktisch vorgehen mit dieser Premium-Partner-Geschichte. Nun gut, ja, Max-Otte-Kanal, das muss ich noch sagen. Also, Herr Dr. Maaßen war oft bereits hier auf Politik Spezial als Interviewpartner zu Gast. Ich glaube, ich habe ihn im letzten Jahr drei, vier, fünf Mal hier auf dem Kanal exklusiv interviewt. Das waren also Interviews, die nur für Politik Spezial produziert wurden. Und das war auch immer Thema im Vorfeld, wenn wir uns auf Zoom getroffen haben, war immer die Frage, die aufkam bei Herrn Dr. Maaßen, ist das jetzt für den Wertunion-Kanal oder ist das für Politik Spezial? Das wurde immer ganz klar abgesprochen. Und jetzt so zu tun, als würde ich für die Gegenseite arbeiten, es war schon lange bekannt, dass ich den Politik Spezial mache, Sie wissen es selber, selbst zu Markus Gärtners Zeiten, als er noch gelebt hat, habe ich Reportaten hier auf Politik Spezial gemacht und habe halt Markus immer bei seinen Interviews begleitet und stand hinter der Kamera. Also, es war ja alles bekannt. Und jetzt so zu tun, ja, er hat da bei Max Otte ein Video veröffentlicht, oh, 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 er hat den Gegner unterstützt oder sowas. Das ist ja völliger Humbug sowas. Zwei Seiten arbeiten. Und da hätte er einfach sagen müssen, also, wenn ein Kunde die Wertunion ist, kann er nicht für die Gegenseite ein Video machen. Das versteht eigentlich jeder. So, also Sie haben es gehört. Er sagt hier, ich hätte für die Gegenseite gearbeitet. Und das könnte ich ja nicht tun, weil ja die Wertunion mein Arbeitgeber war. Also, es ist unfassbar. Er ist ja Jurist. Der Dr. Maaßen ist Jurist. Ja, ich hatte keinen Arbeitsvertrag mit der Wertunion. Ich war da nicht fest angestellt. Ich hatte einen Vertrag als freier Journalist und Videograf. Nichts anderes. Ja, eine Vereinbarung. Und das jetzt zu behaupten, und ich hätte nicht mit Dr. Krall reden dürfen, weil er ein Gegner ist. Das ist ja völliger Humbug sowas. Weiter geht's. Das ist natürlich auch ein bisschen eine problematische Situation, in der viele Journalisten sind, weil sie einerseits Journalisten sind und die Unabhängigkeit da ist, andererseits aus wirtschaftlichen Gründen dann, ich bin Gott sei Dank da unabhängiger, aus wirtschaftlichen Gründen dann eben Auftraggeber brauchen. Das ist eine schwierige Konstellation. Nein, Herr Reitschuster, da kann ich Ihnen nicht zustimmen. Auch ich bin unabhängig. Ja, ich bin komplett unabhängig. Und ich habe den Wertunion-Kanal ja, ungefähr ein Jahr betreut. Und ich bin vorher klargekommen ohne Wertunion und komme auch jetzt prima klar ohne Wertunion. Und ich nehme keine Aufträge an oder arbeite für irgendjemanden nur wegen des Geldes. Das heißt, liebe Grüne, liebe SPD, liebe CDU, nein, nein, ich würde nicht dafür arbeiten. Auch für viele andere Organisationen nicht. Ich suche mir meine Auftraggeber selber aus. Und das ist halt der Vorteil, wenn man freier Journalist ist. Ja, man ist nicht irgendwo angestellt. Man muss nicht Rücksicht nehmen auf irgendjemanden. Und ich habe bei der Wertunion auch nicht Rücksicht genommen. Ich habe auch Herrn Dr. Maaßen immer sehr kritische Fragen gestellt. Ja, und vielleicht ist das ja der Grund, warum er mich entlassen hat. Weil ich zu kritisch war vielleicht. Weiter geht's. Insofern verstehe ich da beide Seiten. Was auch für mich ein ganz entscheidender Punkt ist, habe ich Sie da jetzt richtig verstanden, Herr Dr. Maaßen, dass zu dem Zeitpunkt, als er sein Video veröffentlicht war, die Beendigung der Zusammenarbeit noch nicht von Ihrer Seite aus definitiv beschlossen war. Also ohne dieses Video hätte es noch weitere Gespräche gegeben mit offenem Ausgang. Also die Beendigung war grundsätzlich schon beschlossen. Ich hatte es Ihnen gesagt, aber nachdem wir darüber gesprochen hatten, habe ich gesagt, lassen Sie uns am Montag nochmal darüber reden. Ich hatte mich durchaus verständlich gezeigt und auch seine persönliche Situation auch akzeptiert. Aber er wollte nicht mehr mit mir reden. Und so ist es dann so gekommen, wie es gekommen war. Und jetzt ist ein Schlussstrich gezogen. Und es hätte vielleicht früher kommen müssen, muss ich auch sagen. Sein Verständnis, und Sie haben das ja gerade angesprochen, ist, er ist freier Journalist. Er kann dieses Verständnis haben, nur wenn er als Dienstleister für uns tätig ist, ist er nicht mehr freier Journalist, sondern ist er Dienstleister. Er kann nicht beides machen. Er kann nicht sagen, er ist Dienstleister und zugleich freier Journalist. Das funktioniert nicht. Ja, an dieser Stelle wieder eine Unterbrechung. Es ist nicht richtig. Wir hatten vereinbart am Freitag, er hatte ja zu mir gesagt, ich rufe Sie Montag vormittags irgendwann an. Tatsächlich habe ich gegen 10 Uhr morgens einen Anruf bekommen, wo mir bestätigt wurde, dass ein Mitglied des Wertunion-Vereinsvorstandes bestätigt hat, dass ich raus sei und dass das auch nicht mehr rückgängig gemacht wird. Ja, ich hatte dann noch mit Herrn Schirmbach kurz telefoniert und hatte ihm dann auch gesagt, dass ich raus bin und dass ich da auch jetzt überhaupt keinen Wert mehr drauf lege. Wissen Sie, es ist ja auch irgendwo erniedrigend. Also, ja, wir schauen mal, ob wir Sie noch weiter beschäftigen können und gucken wir mal. Und ganz ehrlich, nö. Ich habe dann irgendwann auch wirklich die Schnauze voll gehabt von dem Verein und lasse mich dann auch nicht so behandeln. Ja, dass ich da jetzt irgendwie da an Herrn Doktor Maaßen rumkratzen muss, dass ich da irgendwie arbeiten kann. Also, nö, nein. So, ich habe dann gegen, Moment, das schaue ich mal kurz nach. Ich habe die Sachen ja immer alle gespeichert gehabt und so, wo haben wir es denn? Hier haben wir es. So, ich habe dann, ja, am 26.02. um 13.45 Uhr, ja, da ist der Vormittag vorbei, ja, wo er mich nicht angerufen hat und da habe ich dann eine Mail verfasst und zwar an die Mitgliederbeauftragte der Werteunion und auch eine Kopie an Dr. Maaßen, dass ich die Kündigung meines Vertrages mit der Werteunion bestätige und gleichzeitig habe ich geschrieben, dass ich auch mit sofortiger Wirkung aus dem Verein Werteunion austrete. So, und ja, das hatte ich um 13.45 Uhr geschrieben und um 15.33 Uhr kam dann die Bestätigung von der Mitgliederbeauftragten, die mir dann meine Kündigung, also mein Austritt aus dem Förderverein Werteunion e.V. zum 29.02.2024 bestätigt hat. So, das dazu, weiter mit dem Video. Er kann nicht sagen, er ist Dienstleister und zugleich freier Journalist. Das funktioniert nicht. Naja, also, solange Dr. Maaßen hier auf Politik Spezial mit unserer Reichweite seine Videos veröffentlichen konnte, war das alles in Ordnung, aber sobald ihm dann irgendwas nicht passt an meiner Arbeit, dass ich mit irgendjemandem spreche, der ihm nicht in den Kram passt, in dem Moment ist das dann also nicht vereinbar. Im Übrigen, ich habe es Ihnen gerade schon gezeigt, mein Vertrag mit der Werteunion war als freier Journalist und Videograf und nicht als irgendein Dienstleister. Gucken wir weiter. Das ist natürlich wirklich problematisch, weil wenn jemand für die Pressestelle oder als Pressesprecher in der Funktion eines Pressesprechers für eine Partei, für welche auch immer arbeitet, dann ist es natürlich schwierig, wenn er gleichzeitig als freier Journalist tätig ist. In meinen Augen beißt sich das. Also, das ist meine Ansicht. Ich habe nicht den Anspruch auf Fehlerfreiheit, aber ich halte diese Konstellation von Haus aus für sehr schwierig. Also, Herr Reitschüster, um es klar zu sagen, ich war niemals Pressesprecher der Wertunion, weder des Vereins noch der Partei. Pressesprecher der Wertunion-Partei ist Martin Lohmann. Wer der Pressesprecher des Vereins ist, weiß ich gar nicht. Es gab wohl mal einen, der dann zurückgetreten ist. Meistens war Martin Lohmann auch beim Verein, halt saß er als Moderator am Tisch bei Veranstaltungen. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt offiziell Pressesprecher war. So, und es ist überhaupt nicht problematisch, wenn ich meiner Arbeit als freier Journalist nachgehe und auf verschiedenen Plattformen Interviews mache oder auf verschiedenen Plattformen zu sehen bin. Ja, das kann ich doch machen. Wo ist denn das Problem? Ja, da ist überhaupt nichts Problematisches dran. Wenn ich Pressesprecher gewesen wäre oder mich dafür zur Verfügung gestellt hätte und einen festen Vertrag gehabt hätte mit der Wertunion als Pressesprecher, ja, dann ist das richtig. Dann kann man nicht hingehen und kann irgendwo andere Interviews machen oder sonst etwas. Aber das war ich nicht. Ganz einfach. Und das war auch bekannt. Und jetzt so zu tun, ich wäre der Pressesprecher gewesen, ist einfach falsch, nicht richtig. Ich sage mal, die Wertunion war gerade mal 48 Stunden alt oder noch nicht mal 48 Stunden. Dann gab es, wenn man sagen, nicht Feuer von der CDU, nicht Feuer aus dem Bundeskanzleramt und der SPD, nein, aus den vermeintlich eigenen Reihen, dass man uns noch nicht mal die Gelegenheit gegeben hat, auch auf die Kritik einzugehen, sondern sofort. Und zwar rücksichtslos. Und da muss ich sagen, auch mit dem Ziel der Vernichtung. Da denke ich daran, was in Baytischis Einblick geschrieben wurde, vor ein paar Wochen. Also keine Partei ist so früh beerdigt worden wie die Werteunion. Da muss ich sagen, das Ziel offensichtlich dieser Kampagne war eben die Vernichtung der Werteunion direkt im Ansatz. Und das ist eine Vernichtungskampagne, die aus den vermeintlich eigenen Reihen geführt worden war. Und jetzt muss ich sagen, was ich gelernt habe, ist, dass es Leute gibt, die gehören halt nicht zu uns. Die gehören zu anderen. Die haben sich, ich weiß nicht, auf welchem Ticket sie fahren, aber auf jeden Fall sind sie unsere Gegner und entsprechend müssen wir auch damit umgehen. Sie haben die Frage schon teilweise dahingehend beantwortet, dass Sie es nicht wissen, aber was ist Ihre, was denken Sie, was halten Sie für möglich als Motiv, wenn man jetzt Ihrer Sichtweise folgt, dass das Absicht war? Ach, da müsste ich spekulieren. Die Betreffenden müsste man befragen oder ich würde vernehmen. Ich weiß es nicht, aber ich muss sagen, es ist gut, dass die Fronten jetzt so einfach geklärt sind, dass sie sich so offenbart haben, auf welcher Seite sie stehen. Damit muss ich umgehen. Wir machen unsere Arbeit. Das war immer mein Lebensmotto. Ich schaue nicht nach rechts und auch nicht nach hinten, sondern immer nach vorne. Ich will das Ziel erreichen. Das Ziel ist eine Politikwende in Deutschland. Ja, aus den vermeintlich eigenen Reihen, so sagt er hier, gab es Feuer. Ja, was denkt er, wenn er solche Äußerungen tätigt, wenn er einen Mitch in den Vorstand holt, der dann gleich die Brandmauer gegen die AfD wieder aufbaut, die ja angeblich von Herrn Dr. Maaßen eingerissen wurde und er sprach ja immer davon, es gebe bei der Wertunion keine Brandmauern gegen niemanden. Ja, und dann stellt sich ein Mitch dahin als Vorstandsmitglied und zieht eine Brandmauer gegen die AfD in Thüringen hoch und auch im Bund. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das alles auf Video. Es ist alles archiviert. Es ist die Rede in Erfurt archiviert. Es sind die, die, das ganze, die ganze Veranstaltung auf dem Schiff ist bei mir archiviert. So, und wir können es ja so machen, Herr Dr. Maaßen. Lassen Sie, geben Sie mir doch die Freigabe. Wenn Sie das alles so nicht gesagt haben, dann können Sie mir ja die Freigabe geben. Ich werde das dann hier auf unserem Politik-Spezial-Kanal veröffentlichen, das Material. Auch die Rede, die Sie in Erfurt gehalten haben. Und dann können sich die Leute selber ein Bild davon machen, ob sie hier die Wahrheit sagen oder ob sie vielleicht nicht die Wahrheit sagen über das, was da gelaufen ist. Gut, liebe Zuschauer, schauen Sie sich das Video ruhig bis zum Ende an. Ich möchte das jetzt nicht weiter kommentieren, was er da erzählt. Ich hoffe, dass es jetzt endgültig das letzte Video war, was ich zur Werteunion gemacht habe. Ja, in eigener Sache, bitte lassen Sie ein Like da, eilen Sie das Video mit Ihren Freunden und Bekannten, abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und ja, bitte unterstützen Sie uns, wenn Sie es können, finanziell mit einem Abonnement unseres Politik-Spezial-Magazins. Es ist gerade die neue Ausgabe erschienen. und das Titelthema beschäftigt sich mit den Steuern und wie wir hier in Deutschland als arbeitende Bürger ausgepresst werden. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Rest-Ostermontag und sage bis bald.